Das ist Felix. Er feiert heute seinen dritten Geburtstag. Wenn alles gut läuft, macht Felix mit 18 Abitur. Wenn er 24 ist, erwirbt er seinen Master als Biologe und arbeitet im Naturschutz. Wenige Jahre später trifft er die Liebe seines Lebens. Es folgen Kinder, Karriere, Eigenheim. Mit 67 geht Felix in Rente und erlebt noch satte, zufriedene 25 Jahre. So einfach könnte das Leben sein, wenn da leider nicht ein paar Risiken wären. Sogenannte biometrische Risiken, das sind, kurz gesagt, Unfall, Krankheit, unerwarteter Tod. Pech ist, wenn es so läuft. Kaum hat Felix den ersten Job angetreten, erleidet er einen Unfall. Sein rechtes Knie bleibt dauerhaft geschädigt. Schlimm? Ja, aber zum Glück hat Felix eine Unfallversicherung. Sie zahlt, sodass er sich neu orientieren kann. Da er nicht mehr mobil ist, lernt Felix um und geht in die Verwaltung. Er startet etwas später in seine Karriere und gründet glücklich seine Familie. Kinder, Eigenheim, Folgen. Jährlich hat jeder zehnte Bürger einen Unfall. Mehr als 20.000 Personen sterben so. Auch Felix trifft es erneut mit 46. Das hätte böse enden können, doch Felix hat gut vorgesorgt. Dank seiner Risiko-Lebensversicherung wären Ehefrau und Kinder auch im Fall seines Todes bestens abgesichert gewesen. Dass Felix tatsächlich vom Baum erschlagen wird, ist nicht wahrscheinlich. Hoch ist dagegen sein Risiko, berufsunfähig zu werden. Sage und schreibe jeden fünften Angestellten und jeden dritten Arbeiter trifft es. Wer sich auf den Start verlässt, ist ungenügend abgesichert. Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung hilft. So wie bei Felix. Während die Versicherung seinen Verdienstausfall deckt, genießt er sein Hobby. Und im Alter freut er sich mit seiner Familie darüber, dass er vorgesorgt hat und nicht seine Angehörigen zur Kasse gebeten werden. Denn Kinder haften für die Pflegekosten ihrer Eltern. Bei Felix hingegen greift die private Pflegeversicherung. Und Felix bleibt auch im Alter selbstbestimmt. Und wenn das alles nicht passiert, dann hat Felix mit seinen Versicherungsbeiträgen dafür gesorgt, dass genug Geld für andere Betroffene da ist.